David Wo sind unsere Helden geblieben? Wo sind sie hin? Was ist mit ihnen geschehen? Wo ist da der Sinn? Sie waren die Solle in unserer Zeit Wer kämpft jetzt in der Menschheit für Gerechtigkeit? Ein Kuchen hat nen Herzinfarkt, weil ich seine Tochter mag Mario, der Gameboy-Kentner ist heute Arsch und Renner So wie He-Man, der Pflegefall Bei der Macht von Grayskull Wonder Woman geht auf den Sprech Doch das interessiert uns nicht Wo sind unsere Helden geblieben? Wo sind sie hin? Was ist mit ihnen geschehen? Wo ist da der Sinn? Sie waren die Solle in unserer Zeit Wer kämpft jetzt in der Menschheit für Gerechtigkeit? Für Gerechtigkeit Wo sind unsere Helden geblieben? Wo sind sie hin? Was ist mit ihnen geschehen? Wo ist da der Sinn? Sie waren die Solle in unserer Zeit Wer kämpft jetzt in der Menschheit für Gerechtigkeit? Für Gerechtigkeit 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 Fürgerechtigkeit! Fürgerechtigkeit! Jüngerechtigkeit 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 Vielen Dank.